Nun, da die Goblin-Armee besiegt ist, können wir einen Goblin-Tüfter im Untergrund finden. Ich glaube... Alter. So, hey zusammen, hier ist wieder der Wiesens und heute geht's weiter mit einer neuen Folge von dem Drache-Let's Play mit Simplex. Ja, und diese Folge ist wieder ein Zeitraffer, weil wir einen Keller bauen wollten und wir noch die ganzen Kisten sortieren müssen und deswegen ist ein bisschen langweilig, weil man da die ganze Zeit zusehen muss und jo. So, wir haben mal einen Keller gebaut, also nochmal zwei Etagen mit gleicher Höhe wie die anderen in die Erde hinein, so. Deswegen mussten wir den ganzen Bereich aushöhlen, weswegen wir jetzt einen lebenslangen Vorrat an Erde haben, jo. Da waren auch ab und zu ein paar Lehmflecken, die wir aus Schönheitsgründen entfernt haben. Und weil ich Lehm ganz cool finde. Da der Keller einen Holzrand und einen kompletten Holzhintergrund hat, mussten wir ab und zu ein bisschen Holz farmen. Gleich dann nehmen wir noch so einen Wassersee, den ich den Gar ausgemacht habe. Was denkt sich der Wassersee da? Einfach mal den Keller überfluten? Tja, die Jugend heutzutage. Ja, zurück zum Thema. Simplex hat beschlossen, die Truhen auf Holzklappen zu stellen, weil es dann etwas cooler aussieht. Und in Sachen Beleuchtung folgen wir dem altbekannten Schema von oben. Und dann plötzlich, ganz unerwartet, näherte sich eine Goblin-Armee. Also wir packten schnell unsere besten Schwerter aus und kämpften uns gegen die Unmengen an Goblins. Mann, ich hab nicht mehr so viel Blut gesehen, seit Osama Bin Laden seine 70 Jungfrauen bekommen hat. Mann, Mann, Mann. Nun, da die Goblin-Armee besiegt ist, können wir einen Goblin-Tüftler im Untergrund finden. Ich glaube, das wird in den kommenden Folgen passieren. Die Goblins haben nichts besonderes gedroppt, nur starre Bälle und Geld. Nun kommen wir zum Sortieren. Wir haben alle Kisten von oben nach unten gebracht und alle Items sortiert. Mit eigenen Kisten für Blöcke und Wände, Erze, Wertvollem, Pflanzen, Tränke, Möbel, Waffen, Ausrüstung, Klamotten, Rüstung, Farben, Banner, Statuen, Grabsteine, Materialien und sonstigem. Fett. In der untersten Etage haben wir noch einen Raum voller Banner gemacht. In der untersten Etage haben wir noch einen Raum voller Banner gemacht. Oh, diese Folge ist Wiesent, also mein Name und so. So, und das war es eigentlich schon wieder mit diesem Video, diesmal haben wir eineinhalb Stunden aufgenommen und das wären jetzt eigentlich sechs Folgen gewesen, also sechs ziemlich langweilige Folgen, deswegen eben der Zeitraffer, aber okay, bis zum nächsten Mal.